Jörg Schmadtke kehrt aus seinem Ruhestand zurück, wechselt zum FC Liverpool. Die Reds bestätigten gestern, dass der langjährige Bundesliga-Manager ab dem 1. Juni neuer Sportdirektor wird. Schmadtke wird dort gemeinsam mit Trainer Jürgen Klopp einen Umbruch gestalten. Der Klub wird erstmals seit sechs Jahren ja nicht in der Champions League spielen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.